Hi, mein Name ist Sebastian und ich möchte euch heute den Mautai Jingping vorstellen. Ein unglaublich spannendes und interessantes Produktgewichtende mit einer einzigartigen Geschmacksalomatik. Ich würde es jedem empfehlen, der sich insbesondere für asiatische Spiraterosen interessiert oder auch jedem, der mal eine ganz neue Trinkerfahrung sucht. Ich habe Mautai ja schon einige Cocktails verwendet. Ich finde es zum Beispiel wunderbar mit Filet oder mit Rum funktioniert, weil er einfach für mich eine ganz leichte Bitterschokoladennote mitbringt, die ich finde zu diesen beiden Produkten hervorragend passt. Ich würde auch sagen, dass mich bei meinen Mautai Cocktails, die ich ja schon auch online gepostet hatte, vor allem die chinesische Kultur und die Tradition, die damit verbunden sind, inspiriert haben, da diese natürlich auch sehr naheliegend sind für dieses Produkt. Alles in allem kann ich das Produkt nur sehr empfehlen, weil ich finde, es eignet sich hervorragend für Cocktails vor allem, wenn man dort zwei, drei CL zu einem Cocktail oder zu einem Klassiker hinzugibt, einfach um dem eine ganz neue Wendung zu geben und auch eine ganz neue Tiefe zu geben, die so vielleicht noch nicht vorhanden war. In diesem Sinne, Prost!